Musik Unsere neue Geschäftsidee ist es, Computer mit DVD-Brenner zu kaufen, um Filme zu kopieren und diese dann zu verscherbeln. Damit das Wort zum Sonntag. Ich bin Herr Paul, wir essen heute scharfe Scheiße. Und da nutze ich unsere Geschäftsidee. Ich habe heute eine IP-Adresse. Oh, wir werden heute als erstes hier die Nudeln verspeisen. Um wie viel Scoville handelt es sich hier? Ich weiß es doch nicht. Was ist 8000? 8000. So viel. Scheiße. Ich werde jetzt mit hochauflösender Technologie euch das jetzt anzoomen. Dann könnt ihr selbst lesen. Ja. Hm. Scharfe Scheiße. Danach werden wir uns erstmal mit fettarmer Milch abkühlen. Und dann werden wir uns der Hot Chip Challenge zuwenden. Ich mache das für euch, damit ihr das daheim nicht mal müsst. Mir hat eine Gabel. Ich sehe fast nichts. Oh. Oh. Oh ja. Oh. Tabasco hat hundert bis tausend. Oh. Fun Facts. Milch bildet die, äh... Tötet Nervenzellen. Ja, wisst ihr was? Ich auch nicht. Wenden wir uns jetzt. Was ich dem Paul nicht gesagt habe, ist... Dieser Tortilla Chip wurde mit der Carolina Reaper gewürzt. Das ist einer der schärfsten Shitties der Welt. Habt ihr, wie viel Scoville die hat? Eine Million. Acht Millionen. Acht Millionen. Hier ist der Handschuh. Hier ist der Chip. Hier steht Rest in Peace drauf. Alter. Alter. Das Ding ist schwarz. Ja. Oh, das riecht nach Tod und Verderben, Alter. Das ist viel. Ja. Nee, das ist es mal jetzt. Jetzt schwinnst du. Junge, ob der jetzt viel isst oder wenig, es ist dieselbe Scheiße, wie da drin ist. Ob der jetzt ein Gramm Rattengift isst oder ein Kilo. Ja? 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 Ich geh schischen. Oho! Mehr Milch. Schweiße! Boah, Alter, brennt das! Zieh! Alter, ist besser! Mach das nicht! Guckt euch den an! Guckt euch den an! Guckt mich an! Boah! Ist das scharf! Ah! Statement zu den Bandnudeln. Boah! Die sind nicht ganz so schlimm scharf. Die schmecken auch am Anfang. Und doch wird's scharf. Aber das Ding... Das... 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 Das schnirrt man. Jetzt aber ein Abschlussstatement zum Ende des Videos. Nicht kaufen. Und nicht essen. Uffpasse! Beim Leatherwashkabe! Da kriegste mächtig doscht! Das... Das dir schmeckt, Alex. Danke. Oh ne, das hab ich ganz vergessen! Die Scheiße kommt auf ner Pipette! Die... die isst du mit! Ne, Alter! Oh, das Zeug ist ja schwarz! Da muss noch mehr drauf! Oh, stinkt das! Ja, du sollst doch nicht dran riechen! Du sollst das essen! Ich riech ja nicht mal dran! Das zieht hier hoch! So, Alex. Wie viel, äh... Scoville hat dein Brötchen? Äh... Äh... Minus eins! Es handelt sich hier um eine Million Scoville Obladen. Hier, guck dir die schwarze Brühe an, die da drauf ist! Eine Million! Eine Million! Minus 50 Pixel! Ich blende einfach ein Foto ein oder so. Extrem scharf! Prost! Tschüss! Guten Hunger! Oh! 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 Er stirbe! Fachserschaffe! Oh! Oh, sterbe! Oh! Oh! Oh, ne! Oh! 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 Oh, ich heule! Oh, Junge! Oh! Wieso? Junge, er sieht so tot aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt gibt's Notarzt. Uff, das Ordnungsamt. Ey, das ist ja mehr in Ordnung. Der hätte es jetzt gut gefallen. Für den Rest der Aufnahme. Das andere Mikrofon. Schmeckt gut. Fabi-Statement? Fabi! Der versteht dich doch gar nicht. Alles gut? Es riecht sehr gut, also ich riech's bis hierhin. Wenn du das gut machst, ist Spaßwein. Ich werde dafür bezahlt. Gute Nacht.